Aus aktuellem Anlass in diesem Sommersemester natürlich noch das Thema psychologische Aspekte von Epidemien oder Pandemien. Aus psychologischer Sicht machen wir da keine großen Unterschiede und zwar erörtert anhand eines aktuellen Untersuchungsergebnisses aus China. Das ist deswegen interessant, einmal weil psychologische Forschung in China noch einen gewissen Sonderstatus hat. Sie können sich vorstellen, dass natürlich da über psychische Störungen, Behandlungen und Prävalenzen auch anders diskutiert und gesprochen wird als hier. Aber davon abgesehen haben wir da ein Forscherteam, was sich direkt im Frühjahr aufgemacht hat, virtuell aufgemacht hat, um entsprechende Daten zu erheben. Und tatsächlich da auch mal Auswirkungen von der Pandemie oder der Epidemie dann auch auf die psychische Gesundheit zu untersuchen. Auch da gilt auch wieder, ja, ist ein spannendes Thema, wenn man sich um wirtschaftliche Besonderheiten kümmert. Aber das Individuum als Untersuchungsobjekt, wichtigstes Objekt in der Psychologie sollte da auch vorkommen. Und das kommt im Folgenden vor. Nämlich, da geht es nämlich um Prävalenzraten und soziodemografische Zusammenhänge bei bestimmten psychischen Störungen von Jugendlichen. Und zwar direkt während des Ausbruchs und der Einschränkungen der Covid-19-Pandemie. Fragestellung an der Stelle, wie ist die Prävalenz von Angststörungen und Depressionen während des Ausbruchs von Covid-19? Also sind genau diese beiden Störungsgruppen ausgesucht worden, speziell mit dem Fokus auf Jugendliche, um da die entsprechenden Korrelate dann auch zu soziodemografischen Faktoren zu entwickeln. Warum habe ich das hier ausgesucht, wo eigentlich Jugendliche da selten im Fokus stehen? Das hat irgendwas damit zu tun, dass die Auswahl an aktuellen Studien da nicht so wahnsinnig groß ist und ich da sowohl auf die Methodik als auch auf die Aktualität einfach hinweisen möchte. Was ist denn da gemessen worden? Also es ist einmal gemessen worden, wie gut die Probanden über die Covid-19-Situation Bescheid wussten, wie diszipliniert sie selber bei der Einhaltung der Maßnahmen waren und natürlich die beiden Störungsbilder, nämlich einmal Depressionssymptome und einmal eine Skala von einer generellen Angststörung. Und ein recht großes Stichpropp von mehreren tausend Jugendlichen auch zurückbekommen an der Stelle und die auch sich recht repräsentativ über die Bereiche Chinas verteilen, wo dann auch die entsprechenden Einschränkungen deutlich zu spüren waren. So, was sieht man hier? Hier sieht man, wie stark erstmal der Infekt, die Symptomatik verteilt ist. Das heißt, wir haben hier bei den depressiven Symptomen im Bereich der männlichen Befragten eine Prävalenzrate von 41% oder 42% und hier 46% und für die Depressionserkrankungen und hier für die Angststörungen auch sehr hohe Zahlen, 36% und 38%. Das relativiert sich gleich ein bisschen, weil da auch eine sehr milde Symptomatik oder mildere Symptomatik mit erfasst worden ist. Aber erstmal sind das sehr hohe Prävalenzraten innerhalb des Befragungszeitraums und man sieht hier auch deutliche Unterschiede, die leider in der Untersuchung nicht inferenzstatistisch geprüft wurden, hier eben im Bereich der Region, nee, stimmt gar nicht, die sind geprüft worden, die sind die P's dazu, die im Bereich der Region, wo man eben weiß, dass im ländlichen Bereich die Prävalenzraten nochmal höher sind und hier nochmal die Verteilung dann auf die verschiedenen Klassenstufen, wo man hier ein bisschen in die Richtung geht, je älter Jugendliche werden, desto eher besteht da die Gefahr, solche Symptome zu zeigen. Also was man hier sehr deutlich sieht, ist ein deutlichen Geschlechterunterschied, weibliche Jugendliche viel stärker betroffen, einen deutlichen Unterschied in einem Stadt-Land-Gefälle, dass im städtischen Kontext die Jugendlichen weniger betroffen sind, vielleicht weil man da doch nicht so das Gefühl hat, irgendwie alleine zu sein oder weil vielleicht doch noch mehr persönliche Austauschmöglichkeiten da waren, trotz der Einschränkungen oder man einfach mehr Leute in persona gesehen hat, weil einfach mehr Leute insgesamt sich in dem Bereich befanden. Das ist aber auch wieder nur Interpretation, kann man aus den Daten so erstmal nicht entnehmen. Wir sehen aber erstmal die entsprechenden inferenzstatistischen Unterschiede, die da ermittelt worden sind. Dann haben wir hier die Frage der Symptomatik. Ich hatte vorhin schon gesagt, ja, also es ist noch sehr viel milde Symptomatik dabei, was jetzt nicht heißen soll, dass man das besonders leicht nehmen soll. Das sind immer noch sehr hohe Zahlen, aber wir haben dann in dem Bereich eine recht deutliche Größenordnung, dann auch in der milderen Symptomatik und dann entsprechend weniger in der sehr schwerwiegenden Symptomatik. Und das, was man hier sieht, mild zu starker Ausprägung, das sind eben die Prävalenzraten über die Gesamtgruppe hinweg, die vorhin auch schon gezeigt worden sind. Wir sehen, die Stichprobe ist relativ groß, 8000, die behaupten auch, dass auch die Jugendliche, die Struktur der Jugendlichen, Stadt, Land, Bildungshintergrund etc., also nicht Bildungshintergrund, soweit man den erkennen kann, im sehr einheitlichen Schulsystem dann auch mit abgebildet worden ist. Im letzten Aspekt hier nochmal reingeguckt in die Aspekte, wo speziell nach dem Zusammenhang geschaut worden ist mit der Wahrnehmung der Covid-19-Situation. Wir haben hier eine Skala, die sich mit dem Wissen um das Virus und um die Maßnahmen beschäftigt. Dann haben wir hier den Bereich, wo es darum geht, bin ich selber willens und in der Lage, mich diesen Vorsichtsmaßnahmen zu unterwerfen? Also wie weit bin ich selber präventiv unterwegs und halte das ein? Und als letzter Punkt ist gefragt worden, wie denn die Prognose eingeschätzt wird, ob es besser wird, ob Besserungen in Sicht sind oder ähnliches. Ein hoher Wert ist hier eine hohe Ausprägung. Wir sehen hier die Mittelwerte, hier für den Bereich in der Depressionssymptomatik, auch hier wieder die inferenzstatistische Prüfung. Wir sehen, dass hier bei der Depressionssymptomatik in allen Bereichen höhere Werte vorliegen. Das heißt, ein höheres Commitment zu den Maßnahmen, ein höherer Wissensstand und auch eine bessere persönliche Perspektive auf die zukünftige Entwicklung der Pandemie. Das sind also alles signifikante Unterschiede, was auf der anderen Seite dann auch in der Studie dann auch zu der Interpretation führt. Naja, müsste man nicht dann im Bereich der Bildung und des Wissens in bestimmten Gruppen einfach dafür sorgen, dass mehr Wissen vorhanden ist oder dass die Maßnahmen mehr eingehalten werden, weil dann eben auch die Gefahr dieser Ohnmacht oder dieser fehlenden Selbstwirksamkeit in der bestimmten Situation auch zurückgeht. Also man hat auch festgestellt, dass das Einhalten von Vorsichtsmaßnahmen auch tatsächlich die Auftretenswahrscheinlichkeit von psychischen Störungen verringert. Es wird damit erklärt, dass ich damit ja etwas tue. Ich nehme ja Teil an einer Verbesserung der Situation. Ich habe eine höhere Selbstwirksamkeit, bringe mich ein. Und das kann, zumindest wenn es sich um eine milde Symptomatik handelt, auch ein Schutzfaktor sein. Die Zahlenlage sieht im Bereich der Angsterkrankung nicht groß anders auch, als hier immer signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, sodass man im Ergebnis davon ausgehen muss, ja, diejenigen, die weniger von den psychischen Störungen betroffen sind, sind tatsächlich besser informiert, halten sich mehr an Sachen und haben auch eine positivere Sicht auf den Verlauf der Pandemie. Allerdings auch hier Vorsicht mit der Kausalität. Ja, kann nicht auch eine Symptomatik dazu führen, dass ich mich weniger daran halte, weil ich vielleicht in Form einer Verbindung mit Antriebslosigkeit oder einer Perspektivlosigkeit denke, das bringt ja auch nichts. Also man muss diese Art von Forschung dann sehr stark als Anfang sehen, sich damit mal genauer zu beschäftigen. Aber das sind die Ergebnisse, die wir aktuell von Jugendlichen aus China haben. Wie das für den Bereich Europa oder USA aussieht, habe ich aktuell nichts gefunden. Aber es ist eben trotzdem spannend auch, wie sehr psychologische Forschung sich auch an aktuellen Fragestellungen durchaus stellen kann, auch wenn man im Ergebnis dann wieder eine Menge weiterer Forschungsfragen produziert. für den Blick auf dieinflussetzung. Vielen Dank.